Der Jens hat uns getwittert und der Jens hat sich beklagt darüber, dass unser YouTube-Channel so schlecht läuft. Und da haben wir uns gedacht, was fehlt uns hier in der Rundshow im YouTube-Channel? Ganz klar, uns fehlt etwas Flausch-Content. Und deswegen haben wir hier heute ein bisschen was für Sie vorbereitet. Daniel, wie lange müssen wir diese Katze jetzt hier bei uns haben? So 21, mach nochmal so 2-3 Sekunden. Das kommt gut im Web, ne? Ja, bei YouTube ist das gern gesehen, ja. Absoluter Quoten-Gigant. Ich glaube, das reicht jetzt. Reicht das? Ja, ja, das reicht. Okay, gut. Dann danke schön dafür. Ich weiß, liebe Tierschützer, Sie rennen jetzt schon zum Telefon, kriegen einen halben Herzkasperl. Wir haben vorgesorgt und Ihnen bereits das Beschwerdeformular vorbereitet. Das können Sie sich runterladen bei uns im Internet. Hier können Sie sich beschweren für Tierquälerei im Bayerischen Rundfunk. Einfach auf rundshow.de und dann können Sie sich das ausdrucken.